Bekomme ich einen extra Zuschlag zur Rente, weil ich Invalide geworden bin? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe eine Anfrage auf RentenBescheid24.de bekommen, da teilte uns ein Kunde mit, dass er Altersrentner ist, schon seit einigen Jahren, und er jetzt zwischenzeitlich einen Grad der Behinderung von über 50 hat. Bekomme ich jetzt, weil ich diesen Invaliditätsgrad habe, so sinngemäß sagt er es, bekomme ich jetzt da irgendwie einen Zuschlag zu meiner bestehenden Rente? Nein, ich würde jetzt nicht sagen, natürlich nicht, sondern grundsätzlich sieht das geltende Rentenrecht keinen Extra-Bonus dafür vor, dass sie eine Invalidität während dem Rentenbezug bekommen haben, sondern es gibt eine Variante, dass man quasi einen Bonus bekommt. Und das ist dieser Fall, wenn ich einen Grad der Behinderung von 50 habe, 35 Jahre Wartezeit habe, dann kann ich frühzeitig oder vorzeitig in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen, oft auch jetzt im Jahr 2023 noch vor dem 63. Lebensjahr mit einem maximalen Abschlag von 10,8%. Das ist sozusagen der Extra-Bonus, den das Gesetz für Schwerbehinderte als Nachteilsausgleich hier einräumen. Aber einen Aufschlag auf die Rente, weil ich eine Invalidität, weil ich eine Schwerbehinderung bekommen habe, den gibt es im gesetzlichen Rentenrecht für Altersrentner nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Klick, 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 klick.